Herzlich Willkommen hier bei unserem Kanal. Ein etwas anderes Video von vielen lang erwartet und wir freuen uns auch schon wahnsinnig drauf das mit euch gemeinsam zu machen. Ich bin von den Daniels heute umgeben und singelt von den Daniels. Hoffentlich nicht von den Zombies. Wir spielen heute Zombieside Black Plague. Das ist das Zombieside im Mittelalter und zwar die 0. Mission. Die 0. Mission dient dazu als Tutorial zu dienen und was so gerade abgeht, das lese ich euch einfach mal vor. Das ist übrigens das Regelbuch, sehr schön gestaltet. Quest 0 Tutorial Totentanz. Krieg ist nichts Neues für uns. Unsere Grafen und Herzogen bekriegen sich ständig untereinander. Für das einfache Volk bedeutet das normalerweise nur Änderungen hinsichtlich der Steuern und Abgaben. Vorausgesetzt man überlebt. Aber diesmal ist der Herzog mit seiner Armee losgezogen und war niemals wieder gesehen. Zumindest nicht bis die Horde auftauchte. Denn ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie von der besonderen, übelen Sorte vorher Soldaten dieser Armee gewesen sind. Jetzt ist einfach alles nur noch brutales Chaos. Aber dafür sind wir jetzt alle gleich und müssen uns dem Totentanz gemeinsam stellen. Du kannst es dir nicht leisten was Besseres zu sein, wenn die Horde vor deiner Tür steht. Wir kämpfen zusammen und schlagen erbarmungslos zurück. Das war der erste Teil. Zweite Teil. Der Magier in unserer Truppe ist so ein Fall. Wo ist der Magier? Der Magier. Er war mal stinkreich, mächtig und einflussreich. Den stelle ich übrigens. Ich wollte gerade sagen, das ist der Magier. Jetzt ist er einer von uns, der ebenso um sein Leben kämpft. Er hat ein magisches Tor erschaffen, mit dem er uns wegzaubern kann. Es ist sicher besser abzuhauen und später zurückzuschlagen, als hier zu bleiben und überrannt zu werden. Aber es mag hier noch ein paar Leute geben, die wir retten sollten. Und wir können alle noch eine bessere Waffe brauchen. Oder zwei. Er wird das Tor offen halten, solange er kann. Ein guter Kerl. Kein bisschen hohnäßig. Das trifft auch auf den Daniel zu. Okay. Wie funktioniert das Ganze? Es gibt hier so ein Setupplan. Ich versuche das mal in der Kamera zu hagel. So ein Setupplan. Das haben wir quasi an der Stelle einfach nachgebaut. Und wir haben unsere sechs Überlebenden direkt mal aufgestellt. Das ist die Positionierung. Genau. Sollen wir die mal ganz kurz vorstellen, die Überlebenden. Daniel, du hast den Baldrick. Genau. Und das ist der Magier hier. Genau. Das ist der Baldrick hier. Und das ist die entsprechende Figur dazu. Der hat ja auch wunderschön angemeldet übrigens. Vielen lieben Dank. Ja. Und der hat zum Beispiel zum Start als Fähigkeit Zauberkundiger. Dann kann er kostenlos zaubern. Das ist sehr mächtig, ja. Genau. So, Nelly. Na, nicht noch die Nelly. Das ist so eher eine Kämpferin. Die sieht schon ganz schön düster aus auf dem Bild. Die ist in Rot. Und ja, die kann sich einfach ein bisschen schneller bewegen. Gut. Dann haben wir Clovis. Genau. Clovis ist der absolut Schwertmeister, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das ist aber die Karte dazu. Das ist die entsprechende Figur. Der hat auch hier zwei schöne Breitschwerte in der Hand. Fangen wir mal an. Mein Lieblingskarbschwein. An. Die An. Die An ist so eine... Nonne, oder? So eine Kampfer, oder? Genau. Die hier. Die hat so die Sonderfähigkeit Blutrausch. Die werden wir sicher gleich nochmal im Spiel sehen, wie die zum Einsatz kommt. Ja, dann hat der Daniel unter Kontrolle Samson. Genau, den Fett. Samson, den Dicken, ja. Der Dicke Zwerg. Tanky Tank. Der Tank, der schon in der Grundausrüstung dann schon Schläge einstecken kann und verteidigen kann. Und last but not least, der Killer, himself. Der Silas, ein gefürchteter Bogenschütze und Ambussschütze. Der ist sehr, sehr stark und sehr, sehr mächtig im Anfangsspiel. Und der wird uns das geben. Ich würde jetzt lachen, wenn er direkt am Anfang stirbt wird. Okay. Was ist unser Ziel? Wir sind hier. Wir sollen uns hier ein bisschen durchschlagen und wir müssen hier zu dem Exit. End von diesen beiden Zielen öffnet die grüne Türe. Wir müssen das blaue Ziel, das ist dieses Ziel hier, müssen wir finden, damit wir das öffnen. Und wir haben hier eine Brut. Und wir werden einfach as you go das Spiel erklären. Ganz wichtig, es gibt dieses Mal kein Monster, sondern Monster ist für dieses Szenario nichts anderes als ein Fetti an der Stelle. Jo, mir war es ganz wichtig, dass die ganzen Figuren bemalt sind, oder Daniel? Weil es macht einfach unglaublich viel mehr Spaß, mit bemalten Figuren zu arbeiten. Also jeder, der sich das Spiel kauft, dem empfehle ich nur, auf jeden Fall die Figuren anzumalen. Gut. Gut. Dann würde ich sagen... Das ist der Starter-Platz schon immer. Das ist der Starter-Platz schon immer. Wer es hat, darf beginnen. Genau. Der kann auch selbst entscheiden, mit welcher Figur er dann, wie er kontrolliert, anfangen darf. Jeder von uns hat so seine eigenen Würfel. Ihr kennt ja die HTL-Würfel. Ich habe Biolette, der Darlene hat Weiße und der andere Darlene hat Grüne. Du wolltest aber erst, denke ich mal, oder? Genau. Gut. Wer fängt an? Du fängst an, Daniel. Ich fange an. Gut. Ich habe ein Starter-Platzchen. Ja. Und ich habe Nelly und Baldrick zum Bewegen. Genau. Und da der Baldrick quasi jetzt gerade nichts machen kann, fange ich mit der Nelly an und versuche, die Tür zu öffnen. Ganz wichtiger Punkt. Es gibt immer die gleiche Reihenfolge. Es geht, der Startspieler geht dann weiter. Wenn man aber, so wie wir, mehrere Figuren kontrolliert, dann darf man sich aussuchen, wie man die beiden einsetzt, wenn man zum Beispiel zwei hat. Das ist ein großer Vorteil. Deswegen spielt er da nämlich auch oft zu zweit, weil dann kann jeder von uns drei Figuren beliebig kontrollieren. Genau. Zur Information kurz. Der Baldrick hat hier aktuell den Startzauber Mana-Explosion. Und der kann leider keine Türen öffnen. Und da wir diese Türen natürlich öffnen möchten, dann versuche ich das mit der Nelly. Die 4 Plus. Komm raus mit der 4 Plus. Das ist eine Kippe. Da kannst du nochmal würfeln. Jawoll. Die Tür ist geöffnet. Es erzeugt Lärm. Ganz ehrlich, wir sind relativ faul mit den Lärmplättchen, weil in dem Fall ist es eh klar, wo die Zombies hinlaufen werden. Aber in dem Fall versuchen wir es mal präziser zu spielen. Es hat ein Lärm erzeugt. Was machst du als nächstes? Ja, dann wird erstmal eine Hut erzeugt, automatisch, wenn man die Tür geöffnet hat. Ganz genau, so ist es. Ganz genau. Eine Hut. Das ist das Rutschklättchen hier. Richtig. Und ich zeige das aber immer direkt in die Kamera. Wir haben in dem Fall, da wir in der untersten Kategorie sind aktuell, einen Fettbrocken. Oh, direkt der Fettbrocken. Ja. Ja, dann wirst du gleich den Globis brauchen, oder? Den Kollegen hier. Weil aktuell ist, ein Fettbrocken hat zwei Leben. Das ist einer von diesen dicken hier. Und der kommt jetzt hier. Und zwei Leben kann nur der Hammer aktuell. Und den Hammer hat der Globis. Genau. Gut, das heißt, die Nelly, die geht trotzdem rein, mit ihrer freien Bewegung. Ja. Und hebt das Ding und drück mal auf, oder? Ja, mach das. Das liegt dann durch fünf Erfahrungspunkte. Jawohl, das heißt, wir können das gleich hier öffnen. Vielleicht kurze Erklärung. Hier unten sind die Erfahrungspunkte. Und ich bin jetzt hier auf Stufe 5 gegangen. Nee, wir sind hier auf Stufe 5 gegangen. Ja, auf Erfahrungspunkte. Ja, auf Erfahrungspunkte, ja. Ja. Vielleicht aufbogen. Und somit können wir jetzt auch die blaue Tür öffnen. Richtig. Wenn wir das wollen. Genau. Ich könnte jetzt nur noch eine Aktion haben, weil ich habe drei Aktionen. Ich habe eine freie Bewegungsaktion benutzt und suche jetzt einfach. Du suchst. Kann ich nicht suchen in Zombies. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Da bin ich jetzt auch gerade umsuchen. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht, was man so geht. Okay, dann kann ich jetzt erstmal nichts mehr machen. Ja. Kann ich nicht, dafür bräuchte ich zwei Aktionen. Genau, weil der Zombie da ist, braucht er eine zusätzliche Aktion. Der Baldrick, der ist gerade ein bisschen unnütz. Deswegen tauscht er mit einem die Waffe. Du könntest dir von Globis den Hammer holen. Genau. Er holt sich den Hammer. Das kostet eine Aktion. Eine Aktion. Gehst rein. Geh rein und versuch dann einmal drauf zuzuschlagen. Ja, auf die 4 plus machst du den Typen kaputt. So. So nicht. Ja, gut. Gut. Dann macht Globis genau das gleiche. Globis geht rein. Zack. Holt sich den Hammer von Baldrick. Kostet mich eine zweite Aktion. Und haut drauf und ich habe zwei Würfel, weil ich plus eine Nackar-Würfel bekommen habe. Das ist die Sonderfähigkeit. Wow. Und direkt gekillt. Direkt gekillt. So. Das heißt, einen Erfahrungspunkt habe ich bekommen. Und mit meiner letzten Aktion nehme ich mir eine Ausrüstungskarte. Oh, ein Dolch. Das ist sehr schön. Die hast du leider nicht mehr. Tut mir leid. Du bist rein gegangen, hast getauscht und hast zugeschlagen. Das ist richtig. Und der Dolch. Das ist leider zu kriegen. Das ist sehr schade. Weil der Dolch wäre richtig gut gewesen. Genau. Ja, dann geht An rein und sucht und fährt eine Vertreibung. Oh, Vertreibung ist sehr stark. Nehme ich mir gleich. Das ist ein Zauber. Ja. Sag mal nur mal kurz. Ja. Das ist ein Vertreibungszauber. Im Endeffekt kann man den einmal pro Zug anwenden und kann eine Gruppe von Zombies in einem Feld halt ein Feld weiter vertragen. Gut. An bewegt sich dann. Ich bin eins rein gegangen. Gesucht. Wieder raus. Genau. Gut. Dann bist du dran. Daniel, was machst du? Wenn ich hier hingehe, habe ich eine Aktion. Wenn ich die öffne, noch eine Aktion. Ja, das Problem mit dem Öffnen ist, die machst du direkt eine Brut. Genau. Ich würde ja sagen, geh rein und versuch mal was zu suchen. Das wäre jetzt die Alternative gewesen. Ja, brauchen wir jetzt noch ein bisschen schöne Buff. Genau. Dann, das ist ja egal, mit wem ich reingehe. Ja. Reinsuchen. Ja. Und ich kriege direkt eine Arm aus. Oh, schön. Die ist für Silas. Die ist gut für Silas. Muss ich aber erst hier hin tun und kann den beim nächsten Mal. Du kannst übrigens auch Fettbrocken töten, weil die macht auch zwei Schaden. Ja, die ist sehr stark. Dann, Realt ist das. Du kannst doch wieder rausgehen. Ja, wieder raus, genau. Könntest du direkt Waffe tauschen, wenn du möchtest. Könntest du direkt die Armbrust holen. Habe ich noch eine Aktion? Nee, nicht. Er ist jetzt fertig. Danke. Aber du kannst Silas jetzt benutzen. Dann ist es aber meine erste Aktion. Ja, erste Aktion. Dann gehe ich rein. Jo. Und suchst du. Suchen. Jo. Klingt gut. Und habe noch eine Armbrust. Noch eine Armbrust. Oh, eins lustig gemacht. Dass die repetieren muss, die sind ein bisschen schwächer als die Armbrust. Aber es ist besser als der Kurzbogen. Deswegen macht es Sinn, dass du die jetzt auch direkt ausrüstest. Genau. Wenn man sucht und was findet, dann findet man was. Dann darf man direkt umrüsten. Gut. Das heißt, du hast jetzt zwei benutzt. Ne, drei. Dritte Aktion. Genau. Das war eine Aktion von allen Spielern. Das heißt, das Start-Up-Brettchen geht auch weiter. Gleich an den Rolli. Und wir haben jetzt hier erste Boot. Genau. Jede Runde. Wir haben aktuell nur ein aktives Boot-Brettchen. Genau. Deswegen gibt es eine einzige Boot. Das ist in dem Fall hier unten, wir sind noch in der blauen Phase, ein Läufer. Oh, ein Läufer direkt. Der Läufer. Wunderbar. Der steht aber erstmal noch rum. Gott. Der Läufer kann zwei Felder. Richtig. Der hat zwei Aktionen. Muss nicht unbedingt heißen, dass er läuft. Er kann auch ein Feld laufen und attackieren zum Beispiel. Gut, das war aber die Runde. Die bewegen sich nicht. Und jetzt sind wir wieder da. Aber der Olli hat jetzt das Start-Up-Brettchen und darf beginnen. Genau. Was macht der Olli? Der Olli geht mit An rein und sucht. Weil sie irgendwas wissen. Ach, und findet ein Zombie. Das ist schlecht. Ja. Das heißt, sofort wird ein Zombie hier reingestellt. Das ist nochmal dieser Effekt. Ja, und jetzt hat Anno noch zwei Aktionen und hat noch zweimal drauf. Nein, eins. Beim zweiten Mal hat sie es geschafft. Kriegt er den Erfahrungspunkt. Und dann ist ihre Bewegung auch zu Ende. Gut. Glovis, der möchte auch suchen, der Kollege. Jo, dann schauen wir mal, was rauskommt. Glovis findet einen Kurzbogen. Ist der jetzt besser? Das ist die Standardwaffe, die auch Silas hat. Kannst du nicht wirklich gebrauchen. Und geht dann hier raus. Dann bin ich wieder dran. Du bist dran, ja. Dann kann der Samson, kann, ja, wir können wieder reingehen, aber es bringt ja. Ja, ich kann auch zu den Zollerz töten. Ja, aber das Problem ist, wenn du jetzt eins, zwei und drauf hast, stehst du nachher in dem Brutplättchen. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Der Daniel, der ist mutig, der würde das, glaube ich, tun. Ich würde das, glaube ich, eher weniger machen. Sehr wahrscheinlich, dass du nicht tötest. Du könntest aber machen mit eins, zwei und mit Glovis schießen. Was könntest du machen? Mit Silas. Äh, mit Silas schießen. Aber ich kann mit dem hier da hingehen und sagen, der ist fertig. Dann ist der nämlich als, der hat ja die Eisenhaut. Ja, das ist richtig. Können wir hier einstecken? Und der ist auch nicht so richtig dran, das heißt, er kann nicht die Tür. Genau. Und er geht nach hier hin? Ja. Und schießt einmal. Genau. Du hast zwei Möglichkeiten zu schießen. Entweder du schießt mit drei Würfel mit der Repetier am Brust oder mit zwei Würfel. Auf die vier Plus oder auf die drei Plus. Ja, fünf Plus. Fünf Plus. Ja, aber du tust auf einmal besser. Richtig, du drückst eins besser und die Sonderfähigkeiten. Also da drei Plus, da vier Plus. Ja. Und was nimmst du? Auf die vier Plus. Vier Plus. Drei Würfel. Einer. Ich kann noch. Einer macht das. Jo, das reicht. Das reicht. Ein tutter Läufer und der Silas kriegt einen Erfahrungspunkt. Die Läufer sind sowieso anzuerkennen, dass sie so laufen. Die rennen nicht. Die Läufer laufen. Die laufen. Sogenannte Händer. Und die schnurfen. Die schnurfen. Gut. Dann. Die sind einfach nur fett. Gut. Das war... Dann bin ich noch dort. Ja. Genau. Ich kann auch nicht so viel machen. Wird aber mit beiden versuchen dann einfach zu suchen, was Schönes zu finden. Fangen wir einfach mal mit Nelly an. Nelly sucht. Findet eine Hand, Arm, Brust. Das sind viele Armbrüste. Wir haben das schon. Geht raus. Fallbewegung. Und nochmal hier hin. Da können wir gleich alle zusammen in das Gewölbe reingehen. Nicht ins Gewölbe, sondern in den Raum hier. Baldrück macht das gleiche. Sucht auch nochmal. Oh, ein Breitschwert. Boah. Das ist stark. Jetzt zeige ich mal kurz in die Kamera. Natürlich. Ein Breitschwert stark, weil es fünf Würfel hat. Ja, aber wie wäre es, wenn du mir das Breitschwert gibst, dann kriegst du für die Vertreibung das Kurzschwert. Ja, aber das... Jetzt stehst du schon neben mir. Ich stehst schon neben mir. Ja, nebenan. Achso. Ja, gut. Machen wir einen Tausch. Ich habe ja einen kostenlosen Zauber. Weil du kannst nämlich beide benutzen gleichzeitig. Das ist die Killer-Nonne. Das ist die Killer-Nonne jetzt. Genau. Haben getauscht. Das war eine zweite Aktion. Dritte Aktion. Ich gehe raus. Und fix so, weil es einfach kann. Weil ich kriege einen Zauber. Dann mache ich eine Vertreibung auf das Feld. Das macht nichts. Gut. Dann haben wir Azombi-Boot. Richtig. Die Brut, die Hanze-Wahn ist wieder hier in diesem Feld. Ich ziehe ein Kärtchen. Wir sind immer noch in der blauen Phase und ich habe jetzt eine Monstrum-Karte gezogen. Wir haben auch keinen Monstrum. Ja, deswegen nehmen wir einen Fett. Genau. Also in der Start-Ersten Szenario 0 gibt es noch keinen Monstrum. Gut, jetzt haben wir einen Fettbocken. Das macht ja sie das gleich, ne? Den kann ich mit meiner Armbrust verschicken. In dem Fall ist jetzt Daniel in der nächsten Runde dran. Das ist ganz wichtig. Wenn mehrere Monster drinnen stehen, gibt es Zielpriorität. Aktuell gibt es keine Zielpriorität, weil nur ein Monster drinnen schießt. Deswegen kann der Szenario ganz klar auf den Fetten schicken. Er muss die Armbruste jetzt nicht mit den Zweier-Tacken machen. Genau, ganz wichtig, Armbruste müssen nachgeladen werden und das kostet eine Aktion, außer die Runde wird beendet. Das steht dann auch drauf in der Karte und damit ist es automatisch nachgeladen worden. Genau. Gut. Bögen, die braucht man nicht nachladen. Okay, das heißt, du kannst jetzt auf die 4 plus schießen. 3 plus, 3 plus, ja. Und ich muss aber mit beiden treffen. Nein, nur einer. Nur einer. Einen Token. Das reicht. Damit ist der Fetty tot und du kriegst einen Erfahrungspunkt. Jetzt hast du noch zwei Aktionen übrig. Nur noch. Ja, du kannst nur die Tür nicht damit öffnen. Dann aber mit ihmchen. Das kannst du machen, genau. Samsung kann auch die Tür einprügeln. 4 plus. Ja, bleibt da stehen und versucht einfach mal mit einem Würfel. Ja. Ja, 4 plus. Eine Aktion, das hat einen Lärm erzeugt. Ja. Gut, die anderen Sachen haben auch einen Lärm erzeugt, aber aktuell brauchen wir... Das sind mit zwei Schießen dadurch. Schießen erzeugt. Stimmt. Dann darf ich nochmal. Ja. Zweiter Aktion, du hast es geschafft. Ja. Ist offen. Sollen wir es mal den Brut erzeugen hier? Genau, in dem Raum erzeugen wir jetzt seinen Brut. Gut. Das sind zwei Schlurfer. Zwei Schlurfer. Tja. Ja, komm, da geht es dann noch rein, ne? Schau mal. Warten wir sie gleich mal. Gut. Gut. Macht das schon schön. Dann können wir es ja einstecken. Genau. Obwohl, ich überlege, Ann kommt gleich. Ja. Ann kommt gleich mit Spezialattacke. Ich bin ja der erste in der Runde jetzt gerade, also ihr kommt ja nach und macht die dann platt. Ja, ja, das ist klar. Danke. Nelly geht jetzt mal da rein. Ja. Was steht es denn hier? Eine freie Bewegungsaktion. Und hau der Zeug noch mit dem Brutschwert drauf. Nichts. Ein Toter. Einer Toter. Und noch eine Aktion. Nichts. Okay, dafür kriege ich eine Erfahrung. Ich bin übrigens jetzt schon ein vor der gelben Farbe. Ja, das heißt, die sollte nichts mehr tun? Kriege ich eine Erfahrung, wenn ich die aufmache? Nein. Nein. Gut. Der Balder ist noch dran. Der geht 1, 2 rein und hat noch einen gezogen mit seinem Kurzschwert. Ja. Und tötet den. Damit sind alle Zombies auch schon wieder weg. Das war eine Aktion von mir. Gut. Ann kann aktuell nichts tun außer 1, 2, 3. Ich möchte dich hinterherziehen an der Stelle. Und Glovis macht 1, 2 und haut mit dem Hammer und versucht die Tür. Sollen wir die Türe öffnen? Ja. Aber wir haben keine Aktion mehr. Ja, das ist egal. Sicher? Den Läufer ankommen macht er. Ich kann suchen. Fällt mir gerade an. Ich suche mit Glovis. Der geht aus. Oh, Glovis findet einen Kettenpanzer. Ausgesteignet. Kettenpanzer ist eine Rüstung. Machst du den Tag? Genau. Hatten wir auch noch nicht. Das ist eine Rüstung in dem Fall. Und dann kann man halt Angriffe auf diese Person mit einer 4 plus verhindern. Und für Rüstung und Gegenstände gibt es hier wieder... Zusätzliche Ablage. Genau, richtig. Genau. Gut. So, wer ist dran? Die ist auch ein bisschen dran. Genau. Eine Brut. Genau. Eine Brut haben wir. Und die erzeugt einen Fettbruch. Schon wieder? Es ist ja gut, dass ihr seht, dass da noch steht. Der kann ja gleich erledigen. So. Das hätte ich's gemusst. Genau. Ja, da bist du jetzt dran, oder? Genau. Ich kann mit beiden Tülen öffnen, das versuche ich. Einfach jetzt mal mit dem Beidruck zuerst. Der macht die Tür im ersten Rüstung nicht auf. Im zweiten rüstung ist er sie auf. Machst du eine Brut bitte, Daniel? Für zwei Räume. Das ist eine Räume. Ja, aber zwei Räume. Ach, da sind zwei. Fangen wir hinten an in einem Raum. Das ist ein Tipp. Das sind drei Stoffer. Oh, das fiel, ja. Und im Vorderraum haben wir Einschlüpfe. Und da noch eine Aktion übrig hat, schießt direkt mal eine Akanal-Explosion in den Nachbarraum. Ja. Auf die 4+. Und hat noch eine kostenlose Aktion für seinen Zaubern. Das war jetzt mäßig erfolgreich. Ja, zumindest sieht ich auch offen. Ja. Da ist noch Nelly dran. Die Nelly macht erstmal einen Schuss mit der Armbrust. Hat zwei Schüsse auf die 3+. Ja. Und jetzt stoppt. Ah, gut, wir sind in der nächsten Schufe, ne? Das hast du jetzt nicht mitgedacht, Daniel. Jetzt ist der Zauberfehler. Ja, jetzt sind wir alle in Gelb. Das war jetzt nicht clever, Daniel. Erste Aktion. Die zweite Aktion ist kostenlos bewegen. Die dritte Aktion ist da rein. Und sie haut einmal drauf. Okay. Kippe. Daniel, Würfel anstelle. So, torcht. Einer torcht das. Dann, okay. Das heißt, wir haben uns noch zwei Zombies da übrig. Die müssen jetzt noch alle die in 2. Gut. An, macht einen Zug, setzt ihren Blutrausch ein. Das bedeutet, sie kann sich bis zu 2 Felder weit bewegen. Jetzt sagt ihr, das waren ja 2 Felder, aber man kann nur aus einem Raum einen Raum weit sehen. Springt automatisch rein und kann kostenlos zuschlagen mit 5 Würfel auf die 5. Und das sind 3 Tote. Das heißt, 2 Zombies direkt mal weggemetzelt hier. Und ordentlich was gemacht. Das ist meine zweite Aktion. Dritte Aktion ist suchen. Ihr seht, suchen ist ganz wichtig. Oh, Fackel ausgezeichnet. Eine Fackel ist immer wichtig, um das Monstrum, was wir eben gezogen haben, zu erledigen. Aber auch? Aber auch, man kann dann, wenn man sucht, 2 Karten ziehen. Jo, dann würde ich folgendes vorschlagen. Wir machen hier... Soll ich noch als Rohrwurz zocken? Ne, die hat leider keine mehr. Ne, die hat leider keine mehr. Enz, und der Kollege hier sucht ebenfalls Glowes, und findet eine Handarmbrust. Die tauscht sich gegen den Kurzbogen. Gut. Hat noch jemand eine Handarmbrust? Dann könnten wir Doppelhandarmbrust machen, oder? Ne, ja genau. Könnt ihr machen. Ne, ok. Muss ja nicht unbedingt sein. Gut. Hat er noch eine Handarmbrust? Kann er noch einen Raum weiter? Aber bringt ja nichts. Bei uns. Dann warte ich noch für die Tür. Genau. So. Richtig. Dann möchte ich unbedingt die Tür aufschlagen, wenn ich nicht weiß, was es da drin ist. Weil wir in der gelben Phase sind. Genau, wir sind in der gelben Phase. Ich muss mit Silas den Fetti umbringen. Jawohl, dann schieß mal. Das wäre mal eine gute Aktion. Ne, du musst es zwei. Die ist jetzt wieder aufgeladen, also er muss nicht nachladen. Genau. Wenn er jetzt versimmelt. So wie jetzt. Dann muss er noch eine Aktion einsetzen. Zum Nachladen der Aktion. Zum Nachladen. Und nochmal schießen, das ist jetzt eine Aktion. Ach, ich habe da einen Würfel hier. Doppelhandarmbrust. Boah. Das ist eine Kippe, oder? Das ist eine Kippe, oder? Das ist eine Kippe. Das ist eine Kippe, oder? Das ist eine Kippe. Nein, das ist nicht. Ja. Drei reicht, oder? Ja, reicht. Boah. 3,1,3. Hast du meine Würfel geklappt? Ja, ja. Genau. Gibt es einen Erfahrungspunkt? Gibt es einen Erfahrungspunkt? Aber hast keine Aktion mehr, dich fortzubewegen. Richtig. Dass du überhaupt hier stehen. Ich bin der Becker. So, Samsung, was macht der? Der kann suchen, dann kann er einen weitergehen und nochmal suchen, oder? Nein, du kannst nur einmal pro Runde suchen. Guter Versuch, aber leider geht das nicht, Jungs. Ja. Mach nur Fackel. Fackel ist gut. Fackel ist gut. Geh schon mal irgendwo weiter. Die kannst du dem Samsung geben, wenn du willst, weil der wird auch nochmal rücken, gleich. Den Globus. Äh, den Globus. Gibt es dir mal den Globus? Wobei, der muss ausgerüstet sein, die Fackel, gell? Da gibt es den auch den Samsung, oder? Ist auch noch. Ja. Ja, aber dann musst du sie ausgerüsten, sonst willst du jetzt nicht. Achso. Die muss natürlich auch ausgerüstet sein. Ich tapp. So. Gut. Gut. Die Zombie sind dran. Haben wir einen Brut? Ja. In dem Fall habe ich jetzt eine doppelte Brut gezogen. Oh. Das heißt eigentlich, dass in den nächsten Brutflächen zwei Karten gezogen und da wir kein nächstes haben, wird am gleichen nochmal zwei gezogen. Das heißt in dem Fall, wir haben doppelt Pech. Vergiss nicht, dass wir gelb sind, Daniel. Wir haben einen Fettbocken und zwei Läufer. Oh. Okay. Sonst wäre nichts passiert. Schade. Ja. Toll, danke. Das hast du gut gemacht, Daniel. Bitte schön. Ja. Jetzt gibt es das Startbildchen Olli und der darf mit seinen Charakteren jetzt mal was reißen hier. So, der Glovis haut auf die Tür. Einen Würfel. Vier plus. Nein. Zweiter Würfel. Jawohl. Die Tür ist geöffnet. Machst du mal zwei Routen, Daniel, bitte? Ja, fangen wir hinter dem Raum wieder an. Da kommt ein Läufer. Ja. Und im ersten Raum kommt ein Fettbocken. Schön, dass du einen Hammer dabei bist. Hast du schon zwei Aktionen verbraucht? Ja, ich habe schon zwei Aktionen verbraucht. Du kannst mal suchen. Kann man suchen, das ist richtig. Dann zieht der Olli noch eine schöne Karte und eine Plattenrüstung. Wow. Jetzt geht es aber los, ja? Bist du aber zum Tinky hier. Ja, ich kann sie nur nicht benutzen, die Plattenrüstung. Kannst du den ausrüsten, dass sie besser ist? Nein. Ja. Gut. Da kann man uns später hochkümmern. Ja, ich bin gerade überlegen, was ich jetzt mache. Hier an. Die holt sich die Hammer, oder? Das kippt sich nicht aus. Einem reinzugehen, einer zu tauschen, zu killen. Dann kannst du den Hut rauschen. Ja, aber ich habe auch nur einen Würfel dann. Ne, die Kollegin geht hier mal rüber. Tauscht und holt sich die Plattenrüstung von Glovis. Zweite Aktion. Und sucht. Guck mal, was ich hier habe. In dem Fall zwei Karten, weil er die Fackel hat. Aha. Ach ja, ich kriege zwei Karten, richtig. Und noch einen Kettenpass. Das ist ja unglaublich heute hier. Das ist ja... Das ist ja... Wie Weihnachten. Wir werden ja Weihnachten beschenkt hier. Für dich aber auch was nennst du, oder? Ich habe einen Plattenpanzer. Hast du auch nicht das? Ja. Also ich bin hier mit An mega ausgerüstet gerade hier aktuell. Du bist dran mit Samsung. Samsung kann sie mit mir tauschen. Dann kriegt er den Kettenpanzer. Und dann ist er richtig, richtig hart. Ich frage jetzt, ob du erst suchst und dann versuchst zu tauschen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kriegst du was, was mir was bringt. Ja, du kannst doppelt suchen mit Fackel. Ich habe Feuerwagen. Das ist was für Daniel. Ja. Noch eine Fackel. Noch eine Fackel. Gut. So. Gut. Dann würde ich empfehlen, dass du dir von mir den Kettenpanzer holst. Ja. Und brauchst du sonst was von mir? Ich brauche von dir nichts. Danke. Und dann würde ich Stimmblocken, glaube ich. Ja, ich kann ja eh nicht. Nein, den kannst du nicht platt machen, den Kollegen hier. Ja. Gut. Und der Silas? Soll der flüchten, oder soll der mal... Der kommt mal hinterher, aber ich sag mal, der kann nämlich diesen Heer schön erschießen. Ja, aber die beiden Rennen auch zwei Felder. Ja, aber die kannst du ja mit deinem Zauber vertreiben. Ach, Vertreibung kannst du machen. Das ist eine gute Idee. Ja. Der nix nur unter den Vertreibung. Ja. Also ich muss jetzt eins, zwei... Und dann kannst du schießen. Schießen oder suchen? Schießen. Schießen. Schießen den Weg da. Stinker. Zwei Würfeln. Nicht Doppel 1 zieht er vielleicht. Ja, Daniel, genau. Biss er würfeln. Sonst hätte ich dich Daniel zurück... Ich würfel jetzt mit links. Vielleicht klappt das ja auch. Ja, so geht das. So ein Tod ist er. Blöder. Ein Erfahrung. Fick trocken hier. Mein Tanky Tank, der hängt immer noch mit Null dahinter. Der Samson. Ja, der Samson hat immer WB-Punkte. Das fällt mir auch schon ab. So. Dann bin ich dran. Genau. Oder nicht. Ja, genau. Ja, Waldrik, der Prioritäten hat Fettbauer, ne? Ja, richtig. Kannste ihn gar nicht töten. Dann mache ich... Ja, das war dann sucht, oder? Eins. Suchen. Zwei. Und schieß auf den Tor. Oh, ja. Das ist gut. Kannste zweimal schießen jetzt genau. Genau. Einmal und zwei. Und dann kannst du auch suchen. Ein Schwert. Ein Schwert. Ein Schwert ist gut. Das ist schon mal besser als ein Kurzschwert. Ist das eine Bewegung oder wieso? Ne, kann kostenlos zaubern. Eins. Zwei kostenlos zaubern. Okay. Und dann suchen. Genau. Das Kurzschwert solltest du dann direkt Nelly geben. Dann hat die nämlich zwei Kurzschwerter. Genau. Die Nelly, die steht gerade hier. Kostenlose Bewegung. Ja. Gehirn hingehen, tauschen. Holt sich das Schwert, genau. Mach das so. Wenn man zwei hat, dann ist man definitiv besser. Das lässt sich besser. Ja. Und dann suchst du noch. Und dann suche ich nochmal. Kann dir erst suchen sollen. Ich habe einen Dolch. Dann kann ich die Mitte so kriegen. Wow. Perfekt. Dann habe ich drei Würfel. Ne, hast du nicht. Schortschwerter und Plus. Ne, du musstest den Dolch mit dem Schwert benutzen. Du kannst nur die zwei zusammen benutzen. Du kannst nicht alle drei gleichzeitig benutzen. Aber du könntest den Dolch an angehen. Dann ist die richtig fett unterwegs. Ja. Dann sind die Zombies da. Genau. Jetzt kommt erst die Bewegung des Zombies. Also erstmal bewegen sich alle Zombies ein Weltfeld nach vor. Und Läufer, die haben sogar zwei Aktionen. Die dürfen dann noch ein zweites Feld laufen. Genau. Und die laufen halt nach hier hin, weil wir leer machen. Richtig, genau. Nicht nach hier laufen. Ganz genau. Ja. Sichtlinie haben sie in dem Fall eigentlich nicht. Gut, dann zocken wir trotzdem noch einen Mut. Genau. Da wir in Gelb sind, müssen wir auch Geld nehmen. In dem Fall sind es drei Schlofer. Drei Schlofer. Oh, jetzt kommen die hinter uns her dann. Hier die Bösewichte. Gut, dass ich weggegangen werde. Gut. Wer Startspieler ist jetzt? Wer? In dem Fall der Daniel. Der Daniel. Ja. Der Daniel kann ich hier zurückschießen und muss mal die Läufer da vom Hals halten. Kann ich beide gleichzeitig umbringen? Ja, klar. Ja, wenn du eine 3 und eine 4 Plus machst. Ja, wenn du eine 2 und eine 4 machst. Achso. Ja. Mit. 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 Mit der 2 auf die 3 Plus machen? Genau. Richtig. Kannst auch beiteln. Würfelst du eher eine 3 oder eine 4? Ja. Okay, dann weißt du. Ich mach's mal so. Einer tot? Einer tot. Wirst du aber die andere nehmen, weil du musst die nach arbeiten? Ja. 4 plus. 4 plus. Auch ein toter. Du hast aber noch eine Aktion frei. Du könntest zum Beispiel suchen oder nach vorne gehen. Ich suche erstmal. Ich muss ja den hier gleich auch wieder abschlagen. Ich habe Heilung. Oh, sehr stark hat der Anspruch. Wenn man verhundert ist. Stimmt. So. Und. Joa. Er kann nicht so viel machen. Eins, zwei suchen vielleicht. Ja, mal die Tür öffnen. Weil da wird ja keiner runterzackt. Ja stimmt, richtig. Aber er kann ja auch nicht dadurch Erfahrung gewinnen. Ja, aber die Tür muss geöffnet werden. Wir müssen ja weiter. Unser Ziel ist ja hier rein zu kommen. Das ist Exit. Ich würde ja suchen damit wir ja Gott. Auslastung in der Fackel. Da kannst du zwei aufheben. Genau. Wasser und Schnelligkeit. Wasser bedeutet, du kannst dir mal einen Erfahrungspunkt direkt geben. Genau. Kannst du einen Erfahrungspunkt nehmen? Dann hat er mal endlich einen. Juhu. Der erste. Ich bin nicht mehr der letzte in der Runde. Ja, ich habe auch mit Globus erst einen Erfahrungspunkt. Es sind irgendwie ziemlich wenig Zombies da in dem Spiel. Ich meine, ich habe nur das erste Mal, wo wir das gespielt haben, Daniel. Das war eine ganz andere Nummer. Ja, gut. Ich bin fertig. Irgendwas pfeift hier? Ein Moment. Es pfeift. Der Trockner ist fertig. Der Trockner ist fertig. Ich habe es gemacht. Gut. Daniel war dran fertig. Ja. Dann bin ich dran. Und ja. Der Balik, der macht jetzt mal die Tür auf. Hat er dann auch zwei Würfel? Wenn das zwei Würfel hat, ist das schwer? Nur eins im Öffnen. Die Anzahl an Würfel, die drauf ist. Die zwei Würfel. Die vier. Die Kippe. Erstaktion. Und offen. Gut. Dann können wir das Blitzchen hier drehen. Die hat zweimal Lärm erzeugt. Und ich kann nichts mehr machen. So, dann ist Nilly dran. Die ist ja die Flinke hier. Die macht... Bähung eins. Kostenfrei. Tausch. Möchtest du Schnelligkeit haben? Trink dir was was? Ja. Nein, ist so schnell. Feuerball. Einen Tausch durchgeführt. Ich habe noch eine Fackel. Willst du eine Fackel haben? Der hat zwei. So, ich tausche aber gerade mit Baldrick. Achso. Ich kann aber nur mit einer Person tauschen. Nicht mit den alten Fälschchen. Stimmt. Einen zwei. Und da gehe ich noch da rein. Und... Ne. Ne, ne. Ich suche dann da drin. Und gehe dann da rein. Das ist aber auch schon eine Aktion mehr, gell? Ja, die kostenlose war der erste, stimmt. Stimmt. Ich habe noch eine Aktion mehr. Ich habe ein Pökelfleisch gewonnen. Da gibt mir auch wieder eine Erfahrungspoke. So. Und... Dann gehe ich trotzdem hier rein. Und... Soll ich aber auch öffnen? Ja, hau drauf hier. Drei Würfel. Offen. Offen Brot. Gezeugt ein Brot hier. Und das sind zwei Fettbrot. Zwei Fettbrot. Direkt. Wunderbar. Habe ich gut gemacht, ne? Das hast du richtig exzellent gemacht. Gut. Ich bin mal mit meiner Aktion fertig. Das musst du auswischen. So. Glovis. Eins. Zwei. Drei. Steht da drinnen. Ähm. An. Eins. Zwei. Suche. Weil die hatten nämlich eine Fackel. Boah. Todesschlag und Blitzschlag. Das ist ja unglaublich, was ich heute alles finde hier. Mit der, die ist stark. Die ist mega hart unterwegs, die Kollegin. Ähm. Und... Ja. Samsung sucht auch. Die sind durch. Ach sind durch? Also die Zombies jetzt dran. Ich bin, genau. Gut. Alle gehen einen Schritt weiter. Also die gehen in das Kalb rein. Ja. Richtig. Genau. Stehen jetzt bei uns. Und ich kann gleich nichts warten. Und äh... Also fängst du an. Und die gehen auch weiter. Was ist mit der Brot? Der Brot wird erzeugt. Macht eine doppelte Brot hier. Ich schau wieder. Ähm. Drei Schlurfer. Und alle Standard Fettbrocken. Das ist natürlich gut gelaufen. Ähm. Weil das ist nicht schlecht. So warte. Nee, 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 nee. Erstmal bewegt sich der nach vor. Okay. Genau. Und die beiden hier, die, die schlagen jetzt zu. und der Glo ist da drinnen, der hat eine Rüstung, der Glo, der muss das irgendwie richten, ja, dann habe ich zwei Würfel, 4 plus, kippe, oh, einen Schadenspunkt, Greta, gut, jetzt war ja erst klar, dass das jetzt passiert, ne, ja, so ist das, so ist das, Brauch mal die Heilung, gut, das heißt, wer fängt an? Ich habe die Heilung, genau, ich habe das Starterplättchen und stehe da im Raum und kann quasi nichts machen, weil wir Fettbocken in der Nähe haben, aber ich tausche mit dir erstmal die Waffe, sonst kann ich gar nichts machen mit dir, das macht keinen Sinn, mit was machst du? Mit ihm den Hammer tauschen, der Glo ist, steht da unten drinnen? Ja, ich stehe mit dir drin, ach so, ja, sonst kann ich nichts machen, gut, genau, soll ich dir das Schwert schon mal geben, falls ich getötet kriege und dann kannst du weiterlaufen, Ja, okay, so, ich habe den Hammer und ich habe euren Leuch dabei, das heißt, ich habe zwei Würfel, auf die 4 plus, das war schon mal ein Löffel 1, also ganz ehrlich, es ist egal, welches Spiel wir machen, Daniel wird immer scheiße, einer ist tot, ich habe nur noch eine Aktion, weil sie schon ein Level höher ist und zwei tot, siehst du, das heißt, jetzt hat es doch was gebracht, dass du ein Level schon höher bist als wir, Sondern aber, ich habe nur eine freie Bewegungsaktion und gehe schon mal direkt hier in den Raum Gut, dann, was ist? Das ist Baldrick, wann? Baldrick, er rennt hinterher, ne? Will der wechseln hier, dass Heilung kriegt für... Ja, komm, ich heile dich jetzt nochmal Gut, ich mache jetzt hier die Heilung bei einer Aktion, zweite Aktion, ich gehe hier bei, dritte Aktion, ich heile dich, kostenlos, kostenlos, kostenlos und dritte Aktion, also dritte Aktion, die ich eigentlich habe, ich gehe hier rein Gut, dann ist Clovis dran, der geht hier rein, sucht, hat eine Drachengalle, die bringt uns genau praktisch in diesem Spiel nicht viel Ja, ist wieder fürs Monster und haut zweimal drauf auf die Türe und öffnet die Türe Gut, das war die dritte Aktion, ne? Der kann nichts mehr tun An An macht Eins, zwei, suchen Wieder mit zwei, weil sie eine Fackel hat Das war die letzten zwei Plätze in dieser, ne? Ja Kurzschwert und Todesschlag Gut Ist der Daniel dran? Gut Der Daniel schießt jetzt mal Ja, ähm, hier ein bis zwei Felder, nicht null, also ich kann nicht Man kann zwei Gebäude nur in meinen nächsten Raum schießen Äh, du kannst mit der starken nicht schießen? Ne, würde ich jetzt mal daraus lesen, weil ich muss ein bis zwei Das ist richtig, aber das ist schlecht, das hast du Also muss ich jetzt einen noch am weiteren Ja, dann musst du zwei Punkte für einen setzen und dann kannst du schießen Solltest du ihn also dringend töten Warum muss ich zwei Punkte? Weil ein Monster drinnen ist und du musst jetzt die Punkte zahlen Ah, okay Klapp machen Wichtig Wird für gut, Daniel Drei plus Schaff ich Jawohl Jawohl, wieder einer Du hast eine Erfahrung, du hast deswegen direkt die vierte Aktion Genau, kannst du weitergehalten? Ne, das war doch Doch Passt, ja Und dann ist das hier Eine Aktion zusätzlich Genau, du kannst jetzt, äh Ich kann suchen Zum Beispiel Kann man auch Türen verriegeln? Du kannst doch einfach weitergeben Ne, das geht leider Äh, ich bin wieder letzter, richtig? Richtig, ich würde doch mal weitergeben Ja Da müssen ja alle flüchten Da müssen ja alle das Ziel kommt Ja Genau So, mein Vetter Samson Ne, nimmt dich da her, oder? Eins Eins, zwei suchen Zack Du kannst sogar doppelt suchen Ja Ja Pökelfleisch Dann krieg ich ein Erfahrungspunkt Zeig Gott Und ein Schild Ja, keine Ahnung Ja gut, viel suchen wir es eh nicht mehr Also kannst du den Schild vielleicht ausrüsten Bessern Ja, das ist halt die zweite Fackel Die ich da im Stock hab Gott Zweiten Erfahrungspunkt Gott, dann sind die Bösen dran Ja Also, die gehen alle einmal eins nach vor Die gehen auch eins nach vor Dann haben wir eine Brut Ja Und die erzeugt drei Schlaufer Und drei weitere Schlaufer, genau Ja So Mit der Startspieler ist dann ist der Olli Und der holt jetzt einfach mal ein paar von diesen roten Zehen Genau Haben wir das schon mit dem Geräuble? Eins Zwei Drei Haben wir das schon erwähnen Was wir hier machen? Ist einfach durchlaufen Nee, komm Wir machen es anders Ich mach Suchen Mit Knobis Ein Dolch Der ist gut Den tausche ich gegen die Hand am Brust Da hat er nämlich schon vier Würfe der Kollege Und mach Eins, zwei Und An sucht Findet auch einen Dolch Den tauscht sich Ah, ich darf sogar zweimal suchen Also die Massenhaftpfeile Die werfe ich weg Hier hin Und den Dolch rüste ich aus Und dafür werfe ich Wie heißt die Wie heißt die Todesschlaf weg Kurzschlaf kannst du Ach ja Kurzschlaf weg damit So Die Fackel stecke ich ein Sorry Okay, okay, okay Und dann macht sie auch zwei Und rein hier Auch noch wieder eine Fackel Aktuell Nicht Soll zwar einfach Genau Ziel laufen Ja, genau Gut Ja, du bist dran bei Ich würde sagen Ich laufe einfach mal hinterher Genau Eins Zwei Drei Vier Du bist schon in der nächsten Phase Vier Gott So Und Samson Zwei Drei Drei Darf man ja suchen Ne Darf man ja suchen Darf man ja nicht Nächstes Wasser Ja Dann ist Baldrück mal dran Der sucht Findet ein Wasser Jetzt kriegt man auch einen Erfahrungspunkt Hat auch mal zwei Nelly Macht dann zwei, drei Ja Und das war's Die Nelly Die macht die Hier überhaupt Eine freie Bewegung Zweite, dritte Und hebt das Ding auf Und hat ein rotes Ding Da getroffen Super Ich wollte die Erfahrungspunkte haben Du Sack So Diesmal Es wird hochgepumpt Ja Da hat der alte Frau Einmal So Einfach mal geklaut Ja, das war eine Aktion Ja Die Zombies gehen weiter Eins Zwei Drei Ja Wir haben booten Ich geb dir eine boot Ich geb dir eine boot Hoffentlich nur Ja, eine boot Und zwar zwei schlurfer Und ganz schön viele schlurfer Jetzt unterwegs sind Ein bisschen langweilig hier, oder? Hast du zwei? Oh Gott Das heißt ja quasi unter dem ziel Den letzten Liegt das grüne ziel Ja Und eröffnet sowohl die boot Als auch die Möglichkeit die ziel zu öffnen Gut Das macht der Samt noch Mal gucken was hier in den Regeln steht Ob die dann sofort eine boot erzeugt wird Nein So das wird nur aktiv, oder? Genau Es wird erst aktiv Wenn ich mir das Genau, richtig Ich mach das jetzt mit meinem Schwert auch Oder wie? Nein, du kannst auch aufheben Einmal fünf Nein, einfach nur so aufheben Das ist eine Aktion Achso Das gehst du so und hast fünf Erfahrungen Das ist ein ganz normales jetzt Dann bist du mit in der nächsten Stufe Ähm Und hast jetzt noch drei Aktionen durch Versuch mal die Tür aufzumachen Ja Zwei Drei Drauffahren Was hast du da? Einen Würfel Auf die Vier Plus Nein, leider nicht Verkackt Tja Ähm Meinen Sie das? Kann das ja jetzt auch versuchen Ja, der hat leider aktuell keine Waffe um eine Tür zu öffnen Achso Müsste er tauschen Achso Du kannst mal eins, zwei reingehen und Verschwinden Achso Verzeihbar Ne, ich hab aber Vier Ja, kannst du wechseln Eins, zwei, suchen und wieder rausgehen Ne, das würde ich nicht mal Ich würde auch versuchen die Videos zu öffnen Tauschen mit jemandem die Waffe Genau Es sind doch ganz viele Leute da drinnen Ja, beide hatten einen Code-Shadow Du hast auch einen vorgehenden Samsung mit dem Wechseln Ja, genau Mach doch das mal Da bin ich mir sicher Weil der Lancer bleibt definitiv stehen Und wenn hier eine Brut kommt Dann steht der halt ohne Wasser da Komm, dann nimm doch das ähh Breitschwert vorne an Ja, dann gib das mal Gib dir mal das Wenn der irgendwas in der Hand hat Die hat doch Hindeutig oder was Wie ist der Kurzbogen? Ja Egal Komm Ne behalte das, ich brauch das nicht Ich hol mir das Schwert wieder zurück Hahahaha Was auch So, ein Würfel Dann muss der eins vorgehen In der Bewegung Darauf fahren Fünf Würfel Fünf Würfel hast du mit dem Wechseln Stimmt Hahahaha Das ist stark, he? Hahahaha So, jetzt brauchst du noch eine 4 plus hier wird Ne, jetzt fünf braucht er Aber wir haben sechs dabei Passt Ist offen Gut Zweite Lernschöpfchen Dann kannst du reingehen Letzte Aktion Und der letzte war fällig? Ja, dann kann er verschwinden War das in der nächste Runde? Ne, ich glaub Sehr verschwinden Dann kannst du das bei Trenn nicht wiederholen Ja Eins Zwei Drei Im Ende des Tages Zug ist entkommen Hat er gegangen Rausgeschlagen Kann entkommen Muss nicht entkommen Du kannst auch noch warten Dann warte ich Dann warte ich Ja, dann Bin ich fertig Ja, kann ich spannendes machen hier, ne? Ich geh einfach mal rein Ja Weil das kann so ruhig dann Hahahaha Ein Apfel Noch ein Level Und die macht das gleiche Und äh Die hat schon keinen Bock mehr auf euch Die verschwindeten Was? Ist auch ein Level Das war's Besseres Wunderbar Globius hat einen Kettenpanzer Und geht hier rein Um das ein bisschen abzuhalten Von ihm Und Äh Ang Verschwindet hier raus Weil die hat keine Haufe Gut Dann sind jetzt die Zombies dran Nicht verschwindet die Also die bleibt hier stehen Okay Warte ich kann auch tauschen, oder? Eins, zwei Und ich hol mir meine Waffe zurück Das ist schwer Ja, ich mach mein Schwert wieder Das kannst du auch wieder umrüsten Hat er gesagt Ja So Gut Kurz Dann bewegen sich erstmal alle Und erzeugen eine weitere Brut Erstmal dahinten Ja Das ist ein doppelter Brut für hier Oh, das ist schlecht Gut, dass wir nicht alle verschwunden sind, oder? Ja, die Nelle war eingebildet Ähm Haben ein Fettbocken Und zwei Läufer Die stehen aber erstmal da rum Gut Gut Ja Ja gut, wir hatten den Hammer Machen wir ganz einfach Ich bin... Oh, wir haben ein Problem Haben wir gar nicht Der Balldrag ist jetzt als erstes dran Und kann im Kostenhaus zaubern Und vertreibt die ganze Nummer Und verschwindet dadurch Gott Ja, haben wir Genau Haben wir gewonnen Weil Nelly kann verschwinden Äh Ann kann verschwinden Globis kann verschwinden Und das gleiche macht der Dachl auch Ja Er kann verschwinden Er kann verschwinden Geflüchtet vor den Zombies Genau Können wir nochmal suchen? Ja Ja Ja, haben wir das Spiel gewonnen, Leute Das war die Einführungsrunde Das war die Einführungsrunde Das war die Einführungsrunde Relativ einfach würde ich sagen Wenn man das Spielprinzip verstanden hat Ich lerne noch ein bisschen Das macht nix Das ist mega ausgerüstet Ey Boah Blattgerüstung Arm mit Dolken, Breitschwert Kettenpanzer Mit Schwert Also die Ausrüstung Die hat man so in höheren Spielen Die waren glaube ich schon Phase 5 oder 6 schon haben wir mal gespielt Ähm Da braucht man das auch Ja Aber das ist ja vollkommen ober den Top von der Ausrüstung her Genau Ja Das war die erste Einführungsrunde Ja Ich hoffe das hat euch gefallen Genau Wenn ihr Spaß hattet Vergesst den Daumen hoch nicht Schreibt es in die Kommentarfunktion Und wir versuchen noch mehr Videos davon online zu stellen Genau Und sagen wir freuen uns Bescheid Die auch gerne Songicide spielen Ihr könnt jetzt bei uns Videos gucken Ähm Wir werden jetzt auch mal versuchen regelmäßiger So welche zu produzieren Und spielen natürlich die Songicide Black Pleasure Äh Black Plague Nicht Pleasure Pleasure Nichts Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Vielen Dank.